hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge hier in unserer schönen mod welt mit unserer tages und da geht die sonne gerade auch sehr schön auf ja heute ist folge 2 dran und wir tun noch ein bisschen den hauptraum verschönern und gehen dann über zum ersten nebenraum das kurz überlegen was das machen wir in den nebenraum würde während ich überlege genießt man hier diese wunderschöne aussicht ich habe jetzt mal geschafft ein schilder rein zu machen ja wir können mal ganz rein schauen wie das denn aussieht und der herr hat würde es ist das z oh mein gott ich bin irgendwie drin aber auch irgendwie nicht drin ich bin gerade in der rennen allerdings egal okay gut verlassen das ding war irgendwie ich glaube es einfach nur reingehen oder ja okay es ist okay dann können wir ohne schilder hier drin nur bauen dann hat für draußen ist es schöner gut also genau der letzte folge war ja wir haben mich hier den hauptraum angefangen kann man ein bisschen rausschauen fliegen können wir auch und so weiter und so fort und ich würde sagen dass wir jetzt ich hier ungefähr anfangen den ersten raum zu bauen frage ist was machen wir hierhin bauen wir lieber so eine art wer schlafzimmer oder bauen wir irgendwas anderes und wohnzimmer also wohnzimmerartig wäre eigentlich ganz schön gut und wir sehen uns dann wieder später wenn die teil-labs vorbei ist also bis gleich weiter R universell ja es ist prgm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pass auf, stirbt Alex Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020